Das ist der Herr Karteuser. Der Herr Karteuser hat ein FSS-Syndrom. Fressen, scheißen, schlafen. Und der Herr Karteuser hat letztes Mal zu mir gesagt, Micha, du hast doch so tolle Hello Kitty Bubbles dir gekauft, kannst du dir den YouTuber nicht mal vorstellen. Jo, und das werden wir jetzt mal machen. Ja, und hier haben wir jetzt die Hello Kitty Seifenblasen. Die kann man sich bei Amazon bestellen, kosten 1 Euro plus 70 Cent Versand. War auch das günstigste gewesen, was ich gefunden habe. Ich habe sie in der Fekro Seelcross gekauft, das ist so was wie Metro, ist halt immer nur weniger los. Dort kosten so ungefähr 1,20 Euro. Ihr könnt auch mal bei Ebay schauen, da gibt es sie bestimmt auch. Ja, viel gibt es zu dem Produkt eigentlich nicht zu sagen, deswegen wünsche ich mal viel Spaß mit dem kurzen Video jetzt. Ja, und hier haben wir die Hello Kitty Bubbles. So schaut es aus. Ich erinnere mich ein bisschen an so eine kleine Kinderhantel. Ja, und hier oben ist noch so ein Spiel mit da drin. Da kann man so eine Kugel hin und her bewegen und die dann versuchen, da irgendwie so rein zu machen. Ja, und jetzt babbel ich mal ein bisschen. Ja, hier ist noch so ein Siegel. Da sieht man halt, dass die Verpackung noch ungeöffnet ist. Jetzt schraube ich mal das auf. Und dann reißt das hier so ein bisschen ein. So. Jo. Einmal für klein, einmal für groß. Und schon fliegen sie. Ich glaube, das soll auch ziemlich geil für Katzen sein, habe ich mal gehört. Meine eher nicht, die sind faul. Oh, einmal machen wir noch. Wenn man ein bisschen langsamer bläst, dann kriegt man viel mehr Bubbles raus. Jo. Wie alle Seifenblasen halt, nur mit Hello Kitty drauf. Also dann eher was für Fans oder als kleiner Gag zum Verschenken für Erwachsene.